Hallo zusammen, ich bin Erik, 17, mache die Lehre als Elektroniker im Paul-Scher-Institut und bin aktuell im zweiten Lehrjahr. Drei wichtige Stichworte bei unserem Beruf sind, out of the box zu denken, professionell improvisieren und natürlich auch unsere Ideen gut verkaufen können. Als Unternehmer muss man kreativ sein, gerne präsentieren und sich besser in den Kunden hineinversetzen, als er es selber kann. Für wen ist Entrepreneurship? Nicht. Ich glaube für Leute, die vor allem nicht gerne von vielen Personen präsentieren, aber auch für Leute, die gerne einen strukturierten und definierten Tag haben. Wir haben jetzt dieses Interesse geweckt, da komm uns besuchen am Stand vom 7. bis 11. September in Bern, alle SwissKills. Wir freuen uns auf dich.